Jenny Elvers packt über die von Mark Terencey aus. Jenny Elvers, 50, plaudert über die Gründe ihres Liebes aus mit Mark Terencey, 44. Die beiden Stars machten im vergangenen März ihre Beziehung publik, nachdem sie sich bei der Realites-Hour-Club der guten Laune kennengelernt hatten. Doch bevor die Liebe der beiden richtig entflammen konnte, war sie auch schon wieder vorbei. In einem Interview erinnert sich die Schauspielerin nun an ihre Romanze mit dem Sänger, und wieso die Beziehung nur bei einem Urlaubsflirt blieb. Im NDR-Podcast Alles auf Anfang plauderte die 50-Jährige gegenüber der Moderatorin Ilka Petersen aus. Dass die Liebelei mit Mark nur eine Urlaubsromanze war. Es war warm in Thailand. Ich war unterzuckert, es war ein Urlaubsgefühl, gestahnt sie. Doch bereits im Flieger nach Hause war der TV-Persönlichkeit klar, dass der Flirt keine Zukunft habe. Jenny versicherte aber, dass ihr Ex ein wirklich lieber Kerl sei. Mit der Liebespleite scheint Mark ebenfalls bereits abgeschlossen zu haben. Im vergangenen September machte der zweifache Vater die Beziehung mit Verena Kert, 41, offiziell. Momentan unterstützt er die Moderatorin sogar im australischen Busch, da sie in der diesjährigen Staffel des Dschungelkamps dabei sein wird.